Ich bin Richard Felder, der Inhaber der Metzgerei Felder in Nantlibuch. Die Metzgerei ist gelegen in der Biosphäre Nantlibuch, das ist zwischen Luzern und Langnow. Zu unseren Spezialitäten gehören unsere hausgemachten Biosphärenprodukte und Wurstware. An Richie beeindruckt mich am meisten sein Charakter und sein Wissen über den Beruf. Ich würde das Handwerk gerne so richtig gut beherrschen können wie Richie. Bei der Ausbildung lege ich Wert auf die Gnalligkeit und Teamfähigkeit. Mich fasziniert am meisten an meinem Beruf, dass man mit Fleisch so viele verschiedene Sachen herstellen kann. Ich habe fürs Leben gelernt, dass man mit Motivation, Leidenschaft und Fleiss immer ans Ziel kommt. Ich bin stolz, dass wir so viele Lernende ausbilden durften und so den Nachwuchs fördern. Ich heisse Jerome Streif und mache meine Lehre hier bei der Metzgerei Krauss. Ich habe den Herrn Krauss nominiert, weil er hat für uns Lernende so viel gemacht, dass ich mich somit revanchieren wollte. Als ich von der Nomination erfahren habe, bin ich stolz auf meine Firma und auf mich selber gewesen. Meine Aufgabe sei ich drei, den Lernenden Struktur in den Alltag zu bringen und ihnen das Fachwissen bestmöglich übermitteln können. Unser Betrieb zeichnet aus, unsere grosse Vielfalt, unsere hohe Qualität und die Fleischhergrund. Herr Krauss hat die Auszeichnung verdient, weil er immer für den Lernenden da ist, immer voll motiviert ist und überall hilft. Ich liebe meinen Beruf, weil ich jeden Tag den Kunden ein tolles Buffet präsentieren kann und tolle Produkte auf den Weg mitgeben kann. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass ich hier die Lehre bei ihnen machen durfte. Mein Name ist Raphael Düssel und ich mache die Ausbildung bei der Metzgerei Lüthi. Vor eineinhalb Jahren bin ich hier schnuppern und dort habe ich gemerkt, dass ich diesen Beruf erlernen wollte. Edi hat die Auszeichnung verdient, weil er einfach ein super Mensch ist und sein Fachwissen uns lernender Tag für Tag weitergibt. Ich bin Edi Lüthi, ich bin Geschäftsführer in der Metzgerei Lüthi AG hier im Haus bei Brock. Als ich das erste Mal von der Nomination erfahren habe, war ich sehr erstaunt, aber auch gleichzeitig positiv überrascht und habe mich natürlich riesig gefreut darüber. In der Ausbildung lege ich besonders Wert darauf, dass sie Sorge haben zu unseren wertvollen Ressourcen. und immer nachhaltig denken. Mein grösster Highlight in dieser Lehre war das erste Mal in der Wursterei. Mich als Brustbildner erfüllt, wenn ich sehe, wie die Lernenden tagtäglich das Gelehrte umsetzen können. Für das Leben habe ich gelernt, dass wenn man seine Ziele erreichen möchte, hart dafür arbeiten muss. Ich bin stolz darauf, dass ich die Lehre bei der Metzgerei Lüthi absolvieren darf. Dann sind sie mit der Tatooie Lüthi, ich bin in der Tatooie Lüthi, der Tatooie Lüthi gibt. Ich bin froh, dass es sich für den Tatooie Lüthi ist, dass ich die Monaten kell ausreichend muss. Stellen Sie es genau mit dem Tatooie Lüthi live und ich gehe zu dem Tatooie Lüthi geloßen, aber es ist einfach ein paar Kräte Götzchen. Vielen Dank.